Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um meine Top 10 Netflix-Serie. Auf Platz 10 ist bei mir «Please like me». Dort geht es darum, dass ein junger Mann nach einer langjährigen Beziehung mit einer Frau herausgefunden hat, dass er schwul ist. Wir begleiten ihn auf dem Weg dorthin. Es passieren ganz viele lustige Sachen. Wir gehen durch Höhen und Tiefen mit ihm. Einfach interessant zum Zuschauen. Ich liebe diese Serie. Auf Platz 9 ist bei mir die Serie «The Returned». Dort geht es darum, dass eigentlich Leute, die gestorben sind, irgendwann Jahre später wieder in ihrer gewohnten Umgebung plötzlich auftauchen. Sie selber wissen aber nicht, dass sie eigentlich tot sind. Nur die anderen darum herum kommen gar nicht daraus, wieso diese Leute jetzt wieder da sind. Die Leute sind nämlich wieder so aufgetaucht, wie sie gestorben sind. Nämlich in diesem Alter. Also wenn jetzt jemand im 2006 gestorben ist, dann taucht er im 2017 wieder so auf, wie er im 2006 war. Also er hat keine Entwicklung durchgemacht. Aber alle anderen haben diese Entwicklung durchgemacht, haben mit der Trauer abgeschlossen und plötzlich sind die Personen wieder da. Ja, sehr coole Serie. Einfach mal reinschauen. Auf Platz 8 ist bei mir die Serie «You, Me, Her». Dort geht es um ein junges Pärchen, das geheiratet ist und einfach die Luft draussen hat. Er geht ihr dann fremd mit einer Escort-Girl und verliebt sich in sie. Er beichtet ihr das, also seiner Frau, und sie trifft sich dann heimlich hinter dem Rücken ihrer Mann mit dem Escort-Girl. Schlussendlich verliebt auch sie sich in das Escort-Girl. Gemeinsam reden sie dann über das und sagen, wir wollen uns doch eigentlich nicht verlieren, aber da ist die andere Frau noch rum. Ja. Es entwickelt sich dann eine ganz lustige Dreiecksgeschichte und wir begleiten sie inzwischen durch zwei Staffeln durch. Auf Platz 7 ist «Haters Back Off». Das ist eine YouTuberin, die eine Serie geschrieben hat. Und zwar hat diese YouTuberin, die mit bürgerlichem Namen Colleen heisst, Kultfigur Miranda Sings ins Leben gerufen. Und den Weg von Miranda Sings begleiten wir in dieser Serie. Geht doch einfach mal die Serie anschauen. Wenn ihr aber auf den YouTube-Kanal von ihr wollt, dann schaut doch mal in der Infobox. Dort habe ich euch den Kanal verlinkt von Colleen und auch von Miranda Sings. Auf Platz 6 American Horror Story. Ich finde das eine coole Serie, weil jede Staffel hat einen anderen Handlungsstrang. Und es ist extrem creepy, kann ich euch sagen. Einfach nur creepy. Wenn ihr auf abgefahren Dinge steht, dann ist diese Serie genau das Richtige für euch. Auf Platz 5 «Tote Mädchen lügen nicht». Dort geht es um ein Mädchen, das gestorben ist, aber nachher verschiedene Kassetten aufgenommen hat und ihrer Nachwelt Botschaften hinterlassen hat. Wie ist sie gestorben? Wer hat Schuld an ihrem Tod? Das findet man in dieser Serie nahe. «Prison Break». Das ist eine Serie, die ich vor x Jahren mal im Fernsehen gesehen habe, dass die neu kommt. Ich habe mal die erste Folge geschaut und es hat mich überhaupt nicht gepackt. Und jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche oder so, habe ich mal gedacht, ich brauche eine neue Serie. Ich schaue mal rein, habe reingeschaut und es hat mich gepackt und ich kann nicht mehr hören schauen. Ich muss mich wirklich fest an der Nase nehmen, dass ich nur eine einzige Folge pro Tag schaue, weil sonst würde ich nur Netflix schauen. In dieser Serie geht es in der ersten Staffel darum, dass Michael Schofield sich in ein Gefängnis einliefern lassen oder sich einsperren lassen. Er faked einen Banküberfall und kommt nachher in das Gefängnis, wo sein Bruder in den Todeszellen sitzt. Aber dieser Bruder ist unschuldig in den Todeszellen und er versucht mit seinem Bruder auszubrechen. Wir begleiten sie auf diesem Weg und ich sage euch, Spannung pur und Suchtfaktor. Und übrigens, selbst ich finde den Hauptdarsteller brutal heiss. Auf Platz 3? Überraschung, die sind nicht auf Platz 1. Nein, Orange is the New Black. Orange is the New Black ist eine Serie, in der man Piper Chapman begleitet, wie sie ins Gefängnis reingeht, weil sie damals in einem Drogenring mitgemacht hat. Und ja, sie trifft dort auf ihre Ex-Freundin, Alex. Die ist übrigens sehr heiss. Auf jeden Fall, dort geht es darum, dass man sie mit dem ganzen Knastalltag begleitet. Sie erlebt ganz, ganz viele spezielle Sachen, kommt natürlich auch noch ein bisschen Haftjahr mehr drauf rüber. Und ja, es ist wirklich einfach eine spannende Serie. Hat es nicht ganz vorne geschafft, aber immer noch auf Platz 3. Auf Platz 2 hat es geschafft, How to get away with murder. Ist sehr, sehr knapp gewesen mit dem Platz 1 übrigens. Aber ich habe gefunden, Platz 1 ist einfach mein Platz 1. Und ihr gehört nachher gleich, wer das ist. Auf jeden Fall, die Serie How to get away with murder. Das geht darum, dass 5 Jurastudenten an Anneliese helfen, ein Fall zu lösen. Und Anneliese ist bereits schon eine Anwältin. Und zwar eine knallhärte Anwältin. Und ja, die löst eigentlich nicht einen Fall, dass einer der Mörder war, sondern sie hilft eigentlich an einem Mörder, wenn er davon kommt. Also wirklich ganz spannende Sichtweise. Und man muss wirklich dabei sein, man darf auf keinen Fall irgendwie wegschauen, sonst hätte man gerade etwas verpasst. Die Serie packt einfach. Suchtfaktor pur. Auf Platz 1 The Walking Dead. Die Serie ist so geil, dass sie mich sogar auf dem Camino begleitet. Nämlich dann, wenn ich ganz allein durch irgendeine Welt durchlaufe und ich mir vorstelle, dass jetzt eigentlich so ein Zombie zu laufen kommen könnte. Okay, dann weisst du, du schaust zu viel The Walking Dead. Dort geht es darum, dass ein Zombie-Apokalypse die ganze Welt ergriffen hat. Und es gibt einfach nur so ein paar Leute, die überlebt haben. Also ein paar Leute, es gibt natürlich mehrere Leute, die überlebt haben. Und ja, die versuchen sich jetzt eigentlich in dieser neuen Welt das Recht zu finden. Und diese Serie hat jetzt, glaube ich, schon fünf oder sechs Staffeln, die jetzt deutschsprachig sind. Und ich sage euch, ich habe diese Serie auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch durchgeschaut. Und ich habe immer noch nicht genug. Ich liebe diese Serie einfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass wir nie in so ein Zombie-Apokalypse kommen. Aber ich hätte jetzt schon mal ein paar Tipps, wie ich besser überleben könnte in dieser Welt. Ja, das wäre es gewesen mit dem Video. Ich hoffe, euch haben meine Top 10 gefallen. Was sind denn eure Top 10? Was sind eure Filme, die ihr gerne schaut auf Netflix? Haben ihr überhaupt Netflix oder nicht? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, wünsche euch ganz einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen schönen Tag, wenn auch immer ist das Video zu schauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!